Ja, Stelpenwolf ist draußen. Yeah, jetzt habt ihr keine Chance, weil mein bester Spieler ist weg. Ich hab Angst. Ach, Wendekreis ist viel zu groß. Ja, jetzt hab ich ihn in meinem Team. Haha. Nee. Unfair. Oh, das war dumm. Oh, Akete! Hm, mich hat was gestochen. Mein Helikopter hat's fast... Oh! Ich bin mir grad bei dem Typen bedankt. Und dafür, dass ich mich fast selbst der Matschette. Ach, ihr habt's also auf den Helikopter abgesehen. Ah! Wuhu! Oh, ich geh gerade hier gerade ins Kreuzfeuer. Dann soll ich mich mal lieber, das ist mein Signal, weg hier. Oh Gott, muss wieder jemanden Newton ganz toll. Okay, gar kein Bob drauf. Wo kann man eigentlich Auto-Aim ein- und ausstellen? Äh, in der Lobby, wenn du das Spiel startest. Oh. Oh. Oh, ich hab's gerade gesagt, wer labert denn hier? See-Bob-Cat, okay, dann musst du gleich mal gemütet. Telefonbuch, See-Bob-Cat, stumm schalten. So, jetzt hält der auch wieder schön nichts besser. Ich hab gleich den ganzen Text-Chat ausgemacht. Und das hab ich bei mir nicht, aber ich hab halt keinen Bock darauf, dass... Wow, warum steht hier ein Helikopter mit mir? Ich hasse Sniper. Oh, ich hasse dich, aber wir können halt nichts dran ändern. Das war knapp. Moment, einer ist noch höher als ich? Dann ist es entweder ein Gottverdammter Sniper oder ein Helikopterpilot. Äh, Sniper. Nee, warte. Doch, Sniper. Nein! Ah, ich bin gründer durchgeflogen. Aber jetzt hat er mich gesehen. Nein, sowas von... Oh, wie noch die Scheißmusik. Oh, wie noch die Scheißmusik. In dem Spiel. Man kann einfach alles auf irgendeinem... Oh, fuck, ich brenne. ... die größte Distanztreffener. So, entweder mach ich volles Risiko. Hier, komm mal zu mir. Kann ich nicht mehr? Warum bist du tot? Noch nicht. Nein, ich hab mir geflogen. Ich hab ihn ehrlich überlebt, ey, ich glaub's nicht. Mein Helikopter ist drei Sekunden, nachdem ich rausgesprungen bin, im Flug explodiert und ich bin doch noch im Wasser gehandelt. Bist du jetzt eigentlich in meinem Team? Nö, ne? Nö. Warum soll ich denn zu dir kommen? Weiß nicht. Hm, was könnt ihr denn? Welcher fiese Plan könnt ihr denn dahinter stecken? Fällt vielleicht mit Head an oder mit Shot auf? Ja, könnte sein. Könnte passen. So doof bin ich auch nicht. Aber ich komm einfach mal trotzdem. Oh, hier kommen wir voll elegant in die Seite gegleitet. Gegeleitet, boah. Ich mein, deutsch ist wieder unter der Kanone. Und du wurdest gerade voll weggenächt. Was? Und das find ich ganz toll. Hasse Deathmatch. Äh, das ist mein Helikopter. Oder ist das einer meiner... Oh, fuck. Oh, da kommt ein Brennerhelik. Oh, geil. Ich stehe so. Mein Helikopter. Ich hab auch nur zwei Dödel im Team. Die ballern sich die ganze Zeit ständig selber ab. Aber das ist cool, dass du denkst, oh cool, kommt Helikopter. Der steht so komplett in Flammen. Oh, geh ich doch mal bis hin zur Seite. Der schlägt so neben mir ein. Geht so ein Flammen auf. Oh, ja, nee, nicht meine Abteilung. So, jetzt hol ich mich mal schnell hier ein Auto. Fail. Oh, dann hol ich... Oh, shit. Ah, fuck. Fuck das, shit. Oh, Heather gegeben, ey. Heather. Oh, das war doch du. Oh, das war doch du. Oh, hier steht ein cooles Auto. Das nehm ich mir gleich mal. Ich mach euch mal einfach mal. Ich hasse Deathmatch. Ich hasse dich, aber... Oh, ich hab ein schönes Schnelles-Aufhör. Das ist cool. Oh, besser, Sie können jetzt gerade gar nicht aufpassen. Der hackt! Ich hab den über einen Haufen... ...über einen Haufen gefahren. Ja? Was ist der macht? Der... der sollte eigentlich noch auf dem Boden liegen weil über Hoffen gefahren wurde und schon gibt er jetzt bei Herders ja gut kann natürlich auch sein so wie das bei unserer alten Aufnahme damals war dass du ihn halt gar nicht getroffen hast ja du bist bei mir in meinen Videos bist du auch weggeflogen und ich hab mal ganz auf die Weg wow das war nicht schlecht ich glaube auch doch so kein Spaß man ihr gewinnt ihr gewinnt aber trotzdem noch momentan macht aber trotzdem kein Spaß auch scheiße auch Gott ich bin fast tot nein aus dem Heli rausgeballert es war sogar ich nach scheiß ich wieder am Arsch der Welt gespawnt ich meine Fahrzeugschläge Weltbetonio ganz so lange hier Wort ab hat er gerade sie hat ich bin ja nichts an Autos tollen LKW Anhänger wow wow yeah Steppenwolf wurde zerrieben hört sich auch so Marital Walnut oh Gott ey das sind all die Noobs die nicht wissen wie wir an ihren Namen umstellen ich wusste es am Anfang auch nicht ich bin muss man das nicht was da haben wir gehen ab er hat doch gesagt er hat das war es nicht wahr er hat auch gar nicht mehr doof er ist bei mir auch ein chronischer Dauerzustand so wie du an der Kälte bis mich an und auf kann ich nichts mehr es ist ein Blöden Helikopter nicht einsteigen 8 8 8 8 8 was klar es geht es aber auch gut oder alles bestens wie immer es 8 also schon mal jemand aus dem Heli rausgeschnippt hat er hatte ich als zum ersten mal zusammengespielt haben man hat sich aufgeregt habe ich schade ab oder kann er immer richtig gut englisch sogar besser wie ich was der ist halt was geht hier ab was geht hier ab sieben Leute innerhalb von zehn Sekunden sterben oder zerlegen oder irgendwas schade ab warte mal das verarsche ich den so ein bisschen wie heißt diese ganz tollen Autos noch mal er er ist ja so schön denn es sind ja nicht ganz schön oder auch das war ein bisschen kapast weggelegt stelle nein neustich eine Einladung von so einem Typen den ich gar nicht kenne das ist auch mal sehr toll auch wieder uns wo ist denn dann der Gegner woher ich ziehe immer auf meine eigenen Leute das ist sehr schlau so ich habe jetzt so ein Infernüschen ich habe gerade auf den zugesteuert wo ist der Bastard denn oh die Schnee bei da unten oh fuck habe ich sowas ja ich habe eine M4A1 dabei der ist ein Hacker ich gehe jetzt aus dem Spiel raus der hat mich gewone-shotted mit einer AK während ich in einem Auto gefahren bin ich gehe jetzt hier raus das ist scheiße okay ähm der ist ein Hacker ja One-Shot mit einer AK 47 das gibt es immer wieder das nervt mich zwar auch aber gut dann mache ich jetzt noch so lange dass ich entweder einen gekillt oder einen gestorben habe ah ja wo ist sie denn ich habe doch die Sicht habe ich die Sicht weiter voll aufgedreht oh das war übelst anerkannt im Moment wir gucken mal gerade Anzeige äh ne Grafik war es Sichtdistanz 100 übernehmen ja oh jetzt habe ich ein paar FPS weniger nee das lassen wir einfach lieber wieder so wenn ich es eins weniger mache habe ich dann wieder grün ich kann den Fernseher schrotten vielleicht kommt dann der Typ den ich abballern kann nee das läuft aber trotzdem nicht mehr ganz so flüssig man das ist doch dumm ich denke ich sei einfach auf 91 oder so ja und schon habe ich wieder 6 FPS mehr das ist doch sehr schön ähm alter hier kommt ein Typ in einem Marital Wild ja wenn er heute mal stehen bleiben würde würde ich auch einsteigen ich habe eine M4A1 das ist gut so kann nur noch Stunden dauern sonst sucht wohl schon mal einen schönen Server für irgendwas was wir noch machen könnten was wollen wir denn noch machen um ja worauf wartet der Bastard denn ja worauf wartest du sag was wir machen wollen ähm das heimodos er kann man die Stärkung immer die Zeigen oder so äh Städter Fertig Fertig als ich steig jetzt außen okay Prozent Multiplayer live Spielerstellen freier Modus private Slots 2 starten spiel er und jetzt geht es ja ich bin unter zwei die Koffer sind Helikopter die sich gerade betteln wollen er hat er nicht an einen Tag wollen nur hätten es einen Bruder ohr hier geht es richtig zur Sache die jahre ist mir egal ob man will die Habe zu stehen zu stehen nahe Machen die Feier aus, dann können wir Scheiße bauen zusammen. Ja, Alter. Polizei, aus. Komm, lad doch nach. Oh, der Edi über die übel sind Skollsfeier genommen. Was ist der denn? Alter, den sehen wir jetzt noch abstürzen. Boom. So. Oder so. Was ist der denn? Irgend so ein komischer Hans Wohlstiel. Boah, was ist das für ein Hacker, der schwebt die Lübe? Ähm. Ja, sicherlich. Ja, was hat er gemacht? Kommt durch die Luft geschwebt und ich bin ganz gut wie tot. Boah. Wie trifft der mich denn? Leck mich doch. Ich laufe den Fick an mir vorbei, ich falle tot um. Ich sagte, sie sind übel für die Hacker. Gut, dann sehen wir uns gleich, wenn wir einen neuen Toiletserver gefunden haben. Vielen Dank.